Hey Roblox! Für Fashion Family oder so? Wieso? Ich bin hier. Keine Ahnung. Ich spiele heute mit meinen Cousinen. Yes. Ja okay, die Pause ist gleich zurück vorbei. Dann sehen wir, was da ankommt. Dankeschön. Warte. Zufällige Kleidung. Zufällige Kleidung. Okay, okay, ich bin gespannt. Willkommen bei Cheven. Ja okay, ich bin richtig schlecht. Nicht von diesem Planeten. Okay, das wird geil. Ja okay, let's go. Du hast vier Minuten Zeit. Das ist voll wenig. Es geht voll schnell um. Mach dich bereit. Let's go. Ja okay, zufällige Kleidung. Was für eine Frisur soll ich machen? Ich gehe auf jeden Fall zu den Jungs Frisuren. Warum? Da gibt's stressare Haare. Vor allem nicht von dieser Welt. Oder? Ja, ja, ja. Nein, nein. Hier eigentlich. Für die Mädchen. Ach. Ich mach einfach Naruto. Nein, also nicht Naruto. Der kommt doch nicht aus dieser Welt. Ey, das ist schon schwer. Nö, ich finde nicht. Ich finde aber gar nicht. Ich hab brennende Haare einfach. Ich nehm auch diese Brände raus. Ey, Kollege. Gibt's was? So sieht's aus. Okay, Outfits. Outfit, Outfit, Outfit. Oh, ich seh krass aus. Oh ja, ich warte. Eine Sache mag ich, das dürfte ich nicht erfahren. Ihr müsst schon klar denken, Kollege. Boah, es sieht hier richtig krass aus. Ey, das Ding ist, ich kann keine Gesichter machen. Okay, warte mal. Das ist doch. Ey, Amina. Komm, ich mach keine. Einen gelben Anzug brauche ich. Was? Als ob. Ich mach jetzt noch mal den hier. Ist das aus in der Burg? Ja. Ja, nee. Ich mach besser keine Haare, ne? Ja. Oder? Ey, geil. Da ist ein Anzug. Okay, keine Haare, ne? Ja, ich seh nicht so krass aus. Ich hab nichts gefunden. Ich mach blau, ich mach blau. Junge, wieso renne ich nicht mehr so schnell? Pisslich. Oh mein Gott, wie du aussiehst. Alien. Alien. Einfach Alien. Ja. Ich muss meine Haare ändern. Leute, vielleicht gibt es etwas für Mädchen. Etwas gelbes. Mach, glaub ich, meine Haare so. Ich glaub, da gibt's so einen goldenen Anzug. Hey, warum kann ich meine Haare nicht machen? Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Was? Was ich hab. Ähm, also sie sagen doch nicht die Namen, okay? Mhm. Und unser Alter, sag ich ja nicht. Ja, ich seh nicht so krass aus. Scheiße, ich brauch hier noch Hautfarbe. Oder andere Farbe. Ja. Vielleicht brauch ich einfach blau. Okay, warte, warte. Nein, ich kann nicht mehr so schnell rennen. Ich auch nicht. Junge Mali kann immer noch so schnell rennen. Was für ein, was für ein Outfit soll ich jetzt machen? Okay, wir nehmen das hier. Das sieht krass aus, ne? Warte, das hier. Und dann noch seinen krassen. Wie siehst du aus? Das ist doch nicht von dieser Welt. Okay, warte, weg. Schnee! Warte, oder? Ja, okay. Okay, warte, ich brauch, ich brauch noch ein Gesicht. Sollen wir ganz schnell irgendwelche Haare nehmen? Was passt? Irgend so Demo. Meine Hautfarbe wurde nicht geändert. Du bist ein grüner Mensch. Glatte? Du bist ein dunkelgrüner. Glatte? Du bist eine grüne Gurke. Und du bist ein Blaubeere. Und du bist ein Gelbe. Nee, ich nehm doch nicht. Du bist ein Gelbe. Keine Ahnung. Schnee, ich muss dich beeilen. Ich muss mich doch beeilen. Nein. Hey, Leute. Wie findet ihr da? Schreibt es in den Kommentaren. Eins von zehn. Eins von zehn. Ich kann... Jetzt kann ich Spiegel nehmen. Oder eins bis zehn. Keine Ahnung. Ey, wo habt ihr das auf euren Kopf? Oder an euren Schulz? Woher habt ihr das? Wieso hab ich das nicht? Ach, da. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Was? Hey, oh mein Gott, erst jetzt gesehen. Oh mein Gott, ich sehe so gut aus. Hey, was nimmst du? Zeig mal. Nein, ich sag gar nicht. Nein! Ey, die macht mir gefühlt nach. Ja, okay, nur noch paar Sekunden. Oh! Oh, Alina! Du... Du... Ossiehst! Giusei, das ist so gut, ne? Boah, er hat mit dem Stab! Ey, du hast zehn von zehn. Das darf... Das hat man nur als VIP. Ey, du hast 10 von 10, Junge. Hä, hast du den VIP geholt? Ja. Guck mal, wie ich aussehe. Zeig! Zeig mal, zeig mal. Nein, das sieht dir gleich. Das ist die Überraschung. Ja, das sieht so gut aus. Hast du den jetzt hier gehört? Leute, das war mein Oldfit. Wir schauen, wie der gewinnt. Die sind so schlimm. Ja, die sind so gut. Die sieht so schlimm aus. Von unseren Cousinen, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Deswegen, es wird jetzt gezeigt. Also ich sage, wenn diese Kleine von denen kommen. Ja, heiß nicht. Achso, und meine Cousine hat Wearpieb. Also Wearpieb, nein. Ja, okay, dann. Das war schlecht. Und mein Bruder hat es nicht. Weil er keine Rohwassers. Okay. Ich auch. Okay, was? Nee. Nee, das fehlt mir nicht. Nee, da werde ich auch so geklappt werden. Ich muss mich auch so ändern. Nee, nein. Amina ist da. Nein, jetzt bin ich dran. Ja, okay. Meine Cousine ist dran. Zum Sternen. Ey, ich muss sagen, wirklich fünf Sterne. Aha. Die Tonche. Okay, Leute. Ich hab' den nächsten gemacht. Amina. Oh nein. Ja, jetzt bin ich zum Sternen. Ah, das ist ein bisschen. Oh, das ist... Machst du ein Sternen. Jetzt nur ein Sternen. Ey, hör auf! Ey, hör auf! Ey, hör auf! Okay, ich hab' die da. Nein, nein, nein. Schau. Okay. Ich hör' schau' Okay, ich bin, Leute. Oh mein Gott, ich bin... Ja, okay. Meine Cousine, andere ist... Wow! Wow, fünf Sterne, Jungs. Guck mal, wie gut. Oh. Oh. Wow. Super. Okay. Lukas... Durko. Durko. Nee. Durk... Held durch. Nein, nein, nein. Der wird bestimmt gewinnen, Alter. Ja. Ja. Ich bin... Blau. Oh. Ich hoffe, ich bin der nicht zugegeben. Ich hab' die vier. Ich hab' die vier. Ich hab' die vier. Jetzt wird er die erste. Aber ich zeige mal eine Malung. Okay, die Ergebnisse. Oh. 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 Ja. Ja. Ich bin der erste. Oh. Ja, ich bin der erste. Alle. Alle, Jungs. Ich hab' die erste. Erste. Dritte. Nein, genau. Jetzt ist mein Wider. Egal. Ich geh' wieder ran. Genau. Ich brauch' die. Ja. Warte. Ich bin Zweiter. Let's go. Ich bin Dritte. Ich bin der erste. Leute, ich zeig' euch mal etwas. Da gibt's einfach so ein Klavier. Möglich? Ja. Hä? 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 Wo ist das? Wo denn? Hab' ich, glaub', etwas verwechselt mit Fortnite oder so? Egal. Hä? Keine Ahnung. Ach so, das war ein anderes Spiel. Kannst du's machen? Ja, okay. Lass' mal hier Heiden Sieg spielen. Okay. Amina, du zählst. Macht eh keinen Sinn. Es geht jetzt weiter. Ja, egal. Ja, okay. Mal sehen, was jetzt schnell kommt. Start' ein neues Spiel. Zufällige Kleidung. Leute. Wo bist du denn? Geh. Ah, ich bin gespannt. Lass' mal alle das gleiche Outfit haben. Optown Girl Guys. Was heißt das denn? Optown. Was heißt das? Sexy Girl. Nein, ich glaub' so modisch. Nein, ich glaub'. Lass' mal alle, macht mal alle dasselbe Outfit. Kommen wir? Nein, sonst sehen die alle so. Abtauern. Was sollen wir machen? Abtauern. Ich glaub' das ist so ein Bauern. Abtauern. Kannst du wieder schnell. Das ist so ein Bauernmädchen. Glaub ich auch. Ich mach' die Geld. Ich mach' die Geld. Ich mach' die einfach. Ich schau' mal bei den anderen, was die machen. Ja, die machen das alle. Wirklich? Soll ich ein Mädchen mal machen? Ich mach' ich. Ich mach' ein Mädchen. Ich versuch' auch ein Mädchen. Boah, das ist krass. Leute, ich versuch' jetzt mal ein Mädchen zu machen. Das sind einfach genau die Haare, die so Bauernmädchen haben. Ich bin ein Bauernmädchen und gehe jetzt kackeln. Warum sagt ihr das? Ich hab' das vergessen aus meinem Video. Na so. So, das ist sehr, sehr gut, was ich hab'. Na so, 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 so. Das ist sehr gut, was ich hab'. Was soll ich für ne... Ja, von hier nehmen wir das hier. Jaaa. Es passt genau für unsere Bauernmädchen. Ja, und das auch noch. Diese Schleckerlinge. Obtum nicht. Du musst noch den auch so. Ja, ja, ich weiß. Ey, das Ding ist... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann mein Gesicht nicht ändern. Ich brauch' Kleidung. Das hier. Guck mal, ich kann mein Gesicht nicht ändern. Ich brauch' Bauernmädchen. Leute, ich versuch' jetzt ein... Hi, Amina. Ich kann mein Gesicht nicht ändern. Ja, ein Bauernmädchen finden. Ja, du musst... Du musst doch nicht... Ja. Ja, das passt nämlich. Ist Weihnachten? Egal. Ohhhh. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Und jetzt müssen wir uns perfekt... verleiden. Was so eine Bauernmädchen trägt. Hallo. Bisschen kurz im Riech? Soll ich... Soll ich... Du musst deutlicher sprechen. Wie Tektar gesagt hat. Also ist gut. Ja, okay. Dann lass' mal... Haarverbandern. Wom geht's nicht? Mami, ich kann keine Tasche nehmen. Egal. Achso, ich bin eine Obrax bezahlen. Aber ich bin gleich schon fertig. Ja. Passt du schon mal. Ja, die passt halt nicht. Oder das hier. Ja, das... Da war das so schwul. Warte. Ich brauch noch Gegenstände. Nein, das passt gar nicht. Ja, das passt gar nicht. Ja, ja. Dann machen wir wieder diese. Und was hat schon auf den Oberseil? Das ist der Junge. Ich glaub, das ist halt schon da. Das ist da. Das erste. Okay, 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 okay. Ja, komm, wir machen noch ein bisschen Autosurop. Okay. Oh, mein Gott. Ich hab so'n krassen Mädchen. Du machst du als Mädchen? Ja. Nein, das geht nicht. Dafür brauchst du VIP. Oh, Mann. Aber Armina hat das. Das hab ich sogar benutzt. Was du benutzen möchtest. Das? Mhm. Hab ich ja gesehen, da wollte ich schon. Ich fand keine Geschichten. Guck mal, hier. Ich glaub, ich bin fertig. Da. Wie findet ihr das? 1, 2, 10. 1 bis 10. Ja, genau das. Passt. Okay. Okay. Und das geht ins Wort. Ja, ich denk mal. Du hast so'n grauer. Du bist noch oben, oder? Oh, warte. Passt los, das ist jetzt gar keine lange. Okay, das ist gut. Ja. Oh. Das ist viel besser. Wollen wir noch hier gucken? Ja. So, okay, du hast jetzt alles gekauft. Es gibt's noch so'n weißt, da hab ich gekauft. Mhm. Aber nee, es ist jetzt eh zu. Ich mach fertig. 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 Ich mach das. Ich mach fertig. Ich mach fertig. Ich mach fertig. Ich mach fertig. Bin fertig. Ich mach fertig. Okay, nein. Es ist kein Board. Ja, ist geil. doch das bin ich lena bubble Ich bin jetzt nicht mehr. 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 Ah, wie ein Spann. Mein Schuss. Okay, let's go. Ja, okay. Ich bin wieder Platz 1. Ich bin dritter. Ich bin wieder Platz 1. Ich bin aber jetzt dritter. Ich bin wieder Platz 1. Eigentlich war ich Platz 2. Aber ich bin jetzt Platz 1. Ja, okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ciao. Tschüss.